Yo, hier ist der, ihr wisst schon wer, Nomi 87, heute mit der wunderschönen Frasier und ich fotografiere heute wieder mit der Canon R, 35mm und einen Tiffenfilter drauf und hinter der Kamera Cleo De Chivas und ab geht's! Sehr gut, Lensfair in 1, 2, 3 Ah, sehr gut! Ja, sehr gut! Gehen wir mal noch schnell woanders hin So, streck dich ruhig rüber schön! Ja, sehr schön! Ich muss warten, Frasier macht erstmal eine Insta-Story! So sit halt bei der Jugend heutzutage Busy! Immer busy! Hier! Hier! Ja, und dann stelle ich noch an! Ciao! Ja, sehr nett! Ja, sehr nett! Wie kennt ihr? Ja! Ja! Danke.